Hallo, mein Name ist Asmus Fipsen und ich bin freiberuflicher Humorbeauftragter. Keine Angst, das bedeutet nicht, dass ich einer dieser Scherzbeude bin, die immer alles lustig haben wollen. Nein, im Gegenteil. Es bedeutet, dass Firmen mich einstellen können, wenn sie ein ernstes Problem haben mit wildwucherndem Spaß. Das gibt es ja immer wieder. Unerträgliche Freigeister ignorieren die festen Regeln unserer Gesellschaft. Man ist immer ernst, man ist nett zueinander und man redet nicht über Geschlechtsteile. Aber die machen das trotzdem und das ist nicht gekennzeichneter Spaß laut Lach-Gesetzbuch, haha-Graf 69. Das Lustigsein, ja selbst die Absicht desselben, muss zuvor sowohl in Konversationen als auch in Medien eindeutig gekennzeichnet werden. Sei es durch Betonung oder offensichtliche Pausen vor den Gags. Die Verbreitung des amerikanischen Humors muss zudem deutlich durch eingespielte Lacher angekündigt werden. Kurzum, die Menschen müssen schon wissen, wann sie lachen sollen, damit sie nicht als humorlos gelten. Doch gegen diesen Urinstinkt, dieses elfte Gebot, verstoßen in letzter Zeit immer wieder diese Facebook-Satire-Nachrichtenseiten. Deswegen hat Facebook mich angestellt. Denn wie schon Bismarck bei der Gründung der Republik sagte, doch damit Deutschland und das Abendlande bestehen bleibt, dürfen sich niemals Humor und Nachrichten vereinen. Denn wenn News draufsteht, aber Spaß drin ist, dann dauert es auch nicht mehr lange, bis es Joghurt mit Sägespänen gibt. Also ich sollte für Facebook dieses Satire-Problem lösen. Habe ich auch gemacht. Wir haben das vor kurzem getestet, dass vor Satire-Artikeln eindeutig im Titel des Links steht, dass es sich um Satire handelt. Wir arbeiten außerdem momentan an einer Sicherheitsabfrage vor dem Klicken auf den Link, die einem Intelligenztest ähnelt, sodass die dummen Menschen gar nicht erst zu Satire-Artikeln durchgelangen. Und mit dem Windows-Team, mit den Machern von Windows, arbeiten wir an einem mehrstufigen Warnsystem, das einen auch noch während des Lesens des Artikels fragt, ob man sich denn bewusst ist, dass das Satire ist. Und die Macher von diesen ekligen Ironie-Satire-Seiten müssen sich zukünftig auch ein Ironie-Zeichen auf die Stirn tätowieren lassen. Ein I oder so. Oder ein Stern. Doch bevor wir dieses Feature auf der ganzen Welt einführen, müssen wir noch ein paar Details klären. Sollte man zum Beispiel die Bild-Zeitung als Satire-Zeitung kennzeichnen? Wenn der Postillon eine wahre Nachricht bringt, muss man dazu schreiben, dass es diesmal keine Satire ist? Sollte es nicht auch eine Scheiß-Artikel-Kennzeichnung geben? Generell würden wir den Nutzern das selber-Denken so viel wie möglich abnehmen, denn die meisten haben sie sich wahrscheinlich schon gedacht. Also wird vermutlich in Zukunft ein Facebook-Team die Artikel vorher lesen und mit allem lesenswert, nicht lesenswert und Achtung, Facebook-kritisch Finger-weg-Zeichen versehen. Dann müssen die Nutzer sich nicht mal mehr selbst ein Bild machen, sondern können einfach diese Meinung übernehmen. Apropos, ich muss jetzt los, Kriegsberichterstattung gucken. Eine Propaganda-Kennzeichnung wäre auch gar nicht so schlecht, aber das kann warten, ist ja nicht akut. Die Untertitelung des ZDF, 2020